willkommen hier im kian prince foundation liebe zuschauer ich darf sie herzlich zu diesem spiel begrüßen wolfhus und frank buschmann haben auch die chance zur führung der gedieckheit jetzt vielleicht so kein tor in dieser szene da können sie sich beim keeper bedanken erfahren wenn wir an die parade da vorher denken also sein ganzes können ausgepackt hat super dazwischen gegangen das hat der verteidiger klasse gemacht so kommt der schuss nicht durch spielt den ball direkt zurück da kann er ihn stoppen viel platz jetzt auf außen der reingabe kam gut aber der ball ist erst mal weg freistoß mehr nicht keine große sache klasse aktion ball ist weg das gibt einwurf fängt diesen ball ab ja er hat den ball im eigenen 16 da erobert er den ball den kann erklären ja könnte was werden schöne flanke schön abgebrochen klasse wie er das macht holt sich den ball klasse einsatz faires technik der pass in den freien raum gut gemacht der abwehrspieler wirft sich in den schuss gute aktion gut geklärt gerard schön dazwischen gegangen ballverlust die scheinen sich den gegner zurecht legen zu wollen der ball läuft gut aber noch finden sie keine lücke voller einsatz schuss geblockt brödel da verlieren sie den ball schirmt den ball gut ab erst mal keine gefahr mehr gut gelöst er holt sich den ball und gibt es jetzt die führung da ist er der erste treffer in diesem spiel da ist nochmal die wiederholung dieses tores er setzt sich durch da ist er einfach gedankenschneller als die verteidigung ja in der tat viel zu schnell und im abschluss auch noch effizient es gibt einwurf der ball ist im haus jetzt können sie den ball reinbringen ja da ist er zur stelle ball gewinnen wichtig er holt den ball gerard sie bauen geduldig auf man spürt dieser knappe rückstand muss noch nichts heißen kurze unterbrechung der ball ist im seitenhaus könnte jetzt was werden ballverlust ballverlust tolles zuspiel geblockt vom verteidiger klar das gibt hier ein wof mit dem ball am fuß richtung gegnerisches tor der ball prallt von der latte ins feld zurück hier wurde auf vorteil entschieden sehr gute entscheidung da verlieren sie den ball unaufhaltsam jetzt vielleicht die flanke da ist die flanke da können sie klären und zur pause haben beide teams noch alle chancen anstoß und damit läuft die zweite hälfte dieser partie naysmith jovinko jetzt vielleicht das tor wird hier erstmal für klare verhältnisse und mit dieser führung im rücken da können sie jetzt ihr spiel aufziehen 2 0 steht sie hier sie machen einen guten eindruck brödel und jetzt gibt es ein wurf und da ist der ball wieder weg schöne aktion da haben sie den ball gut gemacht das ist schade er wäre durch gewesen aber so wird abgepfiffen abseits schön dazwischen gegangen ballverlust guter ball nach draußen dazwischen jovinko naysmith jetzt kann die hereingabe kommen pass kommt sehr gut geblockt von hartbeer spieler das wäre gefährlich geworden es gibt ein wurf klasse pass gerard brödel so und jetzt sind hier noch 30 minuten zu absolvieren und jetzt wird es ein wurf geben 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 fuchs jovinko er überzeugt heute als passgeber sie haben die ball viel vorwärts drang jetzt schön das ist natürlich ein volley wie er besser nicht geht wir schauen noch mal auf die wiederholung da setzt er sich durch und dann sehen wir es wird eng es ist kaum platz da aber er setzt sich trotzdem durch exzellent jetzt steht es hier 2 zu 1 eine enge kiste sie kommen sie versuchen es noch liegen sie hier natürlich knapp hinten noch sind hier 20 minuten zu absolvieren gibt es jetzt die gelegenheit jovinko da kommt der pass der pass nix zu halten hier fahrt ist oben hartseiz und damit zählt das tor natürlich nicht brödel jovinko er holt sich den ball seine zuspiele sind heute sehr genau brödel und da ist der ball wieder weg eto er bekommt hilfe starke arbeitet hier jetzt der ballverlust ballverlust jovinko bringt den ball jetzt in die mitte nein er kann diese chance nicht nutzen den kopfball hat er nie richtig unter kontrolle bekommen da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern die fans feuern ihr team nochmal an buschi mal sehen ob sie das nochmal nach vorne pusht ein paar minuten haben wir noch jetzt können sie den ball reinbringen und hier diesen pass weg ist der ball jovinko mit einem tor liegen sie vorne jetzt noch mal zittern fünf minuten sind es noch der ballverlust das spiel liegt in den letzten zügen aber es ist nach wie vor eng es ist noch alles drin gerard suarez den zweikampf wird er sehr gut weg ist der ball die versuchten super einsatz vom torhüter das könnte jetzt die letzte chance für den ausgleich sein der ball kommt rein eto da wäre jetzt platz viel mit auge kein tor da blocken sie den ball gerade noch ab das war's für heute die gäste holen sich hier den sieg sie gewinnen dieses spiel knapp und wir sehen die nerven